Mein Name ist Jim. Ich bin Lauren. Ich hab dir Buffalo Shrimps mit extra Soße bestellt. Oh Gott! Oh! Wer macht denn so scharfe Soßen? Und dann trinkst du auch noch dein Bier? Kannst du mir Wasser besorgen? Bier, französische Zwiebelsuppe. Keine Dates mehr. Die Zeit verbringe ich lieber mit meinen Kindern. Darf mir ein paar Körbe? Nein! Oh! Jim, was willst du? Sie hat gesagt, sie interessiert sich nicht für dich. Glaub mir, Frodo, ich mag sie auch nicht. Das Restaurant hat unsere Karten vertauscht. Oh. Lauren, ich muss mit dir reden. Was ist denn? Zwischen mir und Dick ist es aus. Jetzt verfällt die Reise. Wo wolltet ihr denn hin? Nach Afrika. Ist sein Nachname Theodopolis? Ja. Das ist mein Boss. Meine Jungs würden alles tun, um so einen Urlaub machen zu können. Mr. Theodopolis, hi, hier ist Jim. Ich überlege... ...ob sie mir diesen Urlaub verkaufen würden. Wenn ich das erst den Jungs erzähle. Wenn ich das erst den Mädchen erzähle. Wir fahren nach Afrika! Ja! Will come to Africa. Come in the United in Africa. Will come, will come, will come. Das ist obercool, Mom. Come in the United. Was macht der denn hier? Red nicht so mit meinem Dad, du Pissnaker. Diese Ausdrücke. Sie darf Pissnaker sagen, wenn sie will. Pissnaker, Pissnaker. Du nicht. Sind Sie bereit für die romantischste Woche Ihres ganzen Lebens? Ich war, seit wir hier sind, nicht mehr Duschen. Ja, du stinkst und ich liebe es. Sind alle bereit für das wahre Afrika? Das ist der schönste Tag meines Lebens. Warum trägst du jetzt den Stinkefinger? Mach ich nicht. Auch in der Natur gibt es Patchwork-Familien. Das war wohl meinerseits eine Fehlinterpretation. Ja! Das ist so wunderschön! Der Tank ist leer! Lauf so schnell du kannst! Wjaz zu dynamisch existieren! Ja! Da war's! Da war's! Das war's! Da war's! Untertitelung des ZDF, 2020